Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bestimmt Ich kümmer mich darum Klar Das klingt nach einem Deal Zeig mir deine Ware Was hat er denn noch so an Restware, an Waffen? Ähm, Streitgeräten Natürlich alles viel zu teuer Oh, jetzt bin ich unter meinen Waffen Melizgürtel Auch zu teuer Ledergürtel Auch zu teuer Harnisch-Amulett Zu teuer Zu teuer Zu teuer Und Rohstahl, wenn wir schmieden wollen Äh, toll Das bringt uns erstmal nicht weiter Äh, wie? Zogestellt als Rengaru Wenn das überhaupt sein richtiger Name war Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum Und jeden Abend säuft er sich einen an Am Bierstand die Straße runter Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst Und mein Geldbeutel war weg Am Bierstand ist doch Gratis auf Hm Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen So Und warum solltest du das tun? Naja Kommt drauf an Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Äh, da hast du dir den falschen ausgesucht Ich komme von außerhalb So wie die meisten Händler hier am Marktplatz Wenn du ins obere Viertel willst Geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt Okay Dann machen wir es so Sieh erstmal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung Schlimme Zeiten sind das Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur Wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird Schade Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt War dein Mistkerl schon wieder weg Das ist natürlich ungünstig Wie viel Gold war an dem Beutel? 50 Goldstücke Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten Ich gucke mal Ich werde mal sehen, was ich machen kann Sei vorsichtig Wenn du den Mistkerl einfach umhaust Werden die Stadtwachen eingreifen In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu Und seit die Paladiner da sind Greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch Also lass dir was einfallen Klar Kein Problem Einmal Die Ware anschauen Und der Richtstab Auch alles zu teuer Kurzbogen Wie wir ihn schon haben Wie wir ihn schon haben Eine leichte Armbrust Und Compositebogen Gratenes Fleisch Schallpflanzen Amulett Was zu teuer ist Licht Zauber Hm Auch nichts braucht Wares Beziehungsweise nichts Erschwingliches So Dann Wie läuft das Geschäft Als die Paladine kam Dachte ich Das wäre eine gute Gelegenheit Geschäfte zu machen Aber sie lassen sich Ihre Waffen von Harad herstellen Und weder Harkon noch ich Verdienen auch nur Ein Goldstück an ihnen Schade Schade Sie weigern sich Ihre Erträge zu liefern Jetzt da keine Schiffe mehr anlegen Ist die Stadt natürlich Auf die Versorgung Durch die Bauern angewiesen Und Ona Der größte Bauer Hat sich Söldner angeworben Die seinen Hof Vor den Stadtwachen beschützen Die würden sich die Waren Sonst einfach holen Aber die Söldner bewachen Nicht nur den Hof von Ona Sie kommen bis zu den kleinen Höfen In der Nähe der Stadt heran Um die Bauern dort einzuschüchtern Als ich an Achils Hof Vorbeigekommen bin Habe ich sie gesehen Ich möchte jetzt nicht In seiner Haut stecken Wo finde ich Achils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier raus gehst Und dem Weg rechts hoch folgst Kommst du zu einer Treppe Die führt hoch zu Achils Hof Aber da würde ich jetzt Nicht hingehen Die Söldner sind bestimmt noch da Zeig mir deine Ware Das ist doch kein Geheimnis mehr Hm 1450 Gold Nee Das liegt weit außerhalb unserer Reichweite Geldtechnisch Wir könnten uns allerdings ein paar Pfeile zu legen Dass wir mal so 30 auf Reserve haben Ja Hier müssen wir übrigens den Brief Unterschieden Aber damit warten wir mal noch Was kann ich für dich tun Suchst du geistigen Beistand Willst du ein Gebet An unseren Herrn Inos richten Oder etwas Gold Für seine Kirche spenden Das habe ich schon immer gesagt Ich muss mit dem Paladin sprechen Kannst du mir helfen Zu ihnen zu kommen? Tja Du brauchst Zugang Zu oberen Vierteln Doch der Ist nur den Bürgern Und der Stadtwache erlaubt Und Natürlich Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden Als Novize beitreten Wenn du eine Zeit lang Gedient hast Wirst du vielleicht In die Reihen Der Magier Aufgenommen Okay Bis zur Aufnahme Ist es ein langer Weg Des Arbeitens Und Studierens Das Klingt Wie viel ist denn Eine übliche Spende? Nun Das kommt darauf an Welchen Teil Du geben willst Lass mich sehen Was du dabei hast Ah ja Du hast über 100 Goldstücke Der Herr sagt Gebt Wenn ihr habt Die Kirche empfängt Deine großzügige Spende Ich segne dich Im Namen Wow 50 Gold Spinnt der? Na toll Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier Das in den Bergen liegt Wir nehmen Wir nehmen dort Wir nehmen dort jeden auf Der reinen Herzens ist Und den Wunsch verspürt Unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen Der klingt eher wie ein Prediger Nicht wie ein Magier Aber nicht wie ein Magier Aber nicht nur das allein Ist es unsere Pflicht Nein, 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 nein Nicht weg Warum kann der schneller rennen als ich? Oh Schiff drücken Macht mich langsamer Nicht schneller Das ist natürlich ungünstig Komm her Jetzt Renner nicht Ich hole dich eh ein Oh Warte mal Waffe wollten wir nicht ziehen Springen jetzt hier So Hab ich dich Hab ich dich Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tagiora beklaut Und er hat dich auch noch dabei gesehen Also abgesehen davon Dass du ein mieser Dieb bist Würde ich sagen Du erzählst mir jetzt mal wer du bist Ich bin nur ein armer Schlucker Und versuche irgendwie Über die Runden zu kommen Ja, das sagen sie alle In der Stadt finde ich keinen Job Okay, verstehe Verschon dich mit deinem Gejammer So Erstmal das Gold zurück Hier hast du die Kohle, Mann Aber jetzt lass mich laufen Ich tue es auch nie wieder Ich sollte ihn Ich sollte dich der Miliz übergeben Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr Lass mich laufen, Mann Und Was bringt mir das? Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut Die richtigen Leute zu kennen Und es sich nicht mit ihnen zu verderben Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen Der Rest liegt an dir Ja gut, komm Wir lassen ihn laufen Das könnte uns noch was weiterbringen Danke, Mann Liegt hier noch irgendwas brauchbares? Ein Feldknöterig So Jetzt sind wir hier noch Da geht's runter zum Hafen Oh Ein Beutel Ein Lederbeutel Um genau zu sein Das bedeutet immer Geld Wo ist es denn? Wo ist es denn? 25 Gold Hey, das ist doch mal was Auf den Dächern findet man Am Anfang immer was brauchbares Wie ihr seht Ach Ich will immer mit Letters zu springen Aber das ist hier noch Waffe ziehen Ich sollte mir das mal umbelegen Da ist noch ein Geldbeutel So Her damit Da ist ein Mana-Trank Er redet einfach zu viel Und Was haben wir denn noch? Gehen wir mal da rüber Oh Ein Heiltrank Sehr praktisch Ähm Ne Hier liegt Nichts mehr Schauen wir mal Ob wir da Hinten noch was finden Springen So Und dann müssen wir mal schauen Dass wir da Nein Ah Das war jetzt Okay Gehen wir hier wieder aufs Dach Oh Hier liegt was Pech Pech können wir nicht gebrauchen Ich hätte lieber ein bisschen Glück Ja Hochkampf Aufgebackt So Ah Das Ist Noch mehr Geld Für uns Honig Ich frag mich immer Wie die Sachen hier drauf kommen Aber Naja Die werden wohl schon ihren Grund haben Oder Liegt hier noch was auf dem Dach Bevor wir da runter springen Willst du noch was brechen Oh Ah Ey wir haben echt Glück Das tut alles noch nicht weh Liegt hier was Nö Ah Ist es denn mal Da kommen wir aber doch auch noch hoch Das weiß doch inzwischen jeder Ne Das will nicht Ah Okay Eingehen wir erstmal da hinten weiter Das ist ja schrecklich Ah Hier liegt ein Dietrich Ja Wenn wir später Schlösser knacken lernen Werden wir davon Jede Menge Verbraten Autsch Auch da Ist hier noch was Aber noch ein Schmied Den können wir nachher auch noch mal besuchen Dann Suchen wir hier noch die Dächer ab Und Ah Nö 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 Hier ist nichts So Ups Das war jetzt aber Sehr stark Gepackt So Dann Wo kommen wir hier raus In einer Unterstadt So Wir bringen mal Jora noch sein Geld wieder Und das Meer gab das Land frei Und es entstehen alle Wesen Bäume wie Tiere Wölfe wie Schafe Das war keine große Und zuletzt Den Schlag Stabfange Das ist ja schrecklich So Wegen des Diebes Ja Wie sieht's aus Hast du ihn geschnappt Und noch viel wichtiger Hast du mein Gold Das darfst du keinem erzählen Er ist mir leider entkommen Und was ist mit meinem Gold Ist es mit ihm entkommen Nein Das Gold hast du Das ist die Erfahrung wert Es gibt doch noch Gerechtigkeit in der Stadt Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung Wenn du Gold willst Dann bring die Diebe zur Strecke Und kassier das Kopfgeld bei Lord André Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern Abo So ein mieser Na toll Ähm Ja Ja Ich würde sagen Wir Sprechen dann mal noch Ach nicht die Waffe ziehen Äh Springen Mal noch mit den drei Handwerkern Nummer eins Was willst du Hier gibt es nichts umsonst Och Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling So Ähm Bei wem willst du anfangen? Äh Aber Inos sah, was geschehen war Und auch er betrat das Lamm Äh Ich weiß noch nicht bei wem Ähm Tränke machen oder Waffen herstellen Tränke sind natürlich auch immer gut Ah Wie war das denn? Machen wir erst mal so Und wenn ich bei dir anfangen will? Wie will ich bei dir als Lehrling anfangen? Bei mir? Nein Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen Nicht mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet Wir wagen bei einem anderen Meister Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Äh Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben Es gibt eine Vielzahl von Kräutern Die in den unterschiedlichsten Variationen Die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen Hier, ähm Das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen Bring mir eine Pflanze jeder Art Und ich werde nochmal darüber nachdenken Dich als Lehrling aufzunehmen Das klingt, äh Nach einem Plan Rezept 1000 und 1500 Ja Hier ist wieder dieses Buch Flügel Und Laborwasserflaschen Hm Naja Ah, wir müssen noch gucken, wie viel Gold in den Lederbeuteln waren Oh, 50 Und nochmal 25 Das heißt, wir haben da unten schon mal satte 100 Gold gefunden Einfach so So, und das ist der Schmiedemeister Ich suche Arbeit Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen Brian wird seine Lehre bald beendet haben Und dann will er die Stadt verlassen Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann Nein Meine ich nicht Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind Unsere Stadt zu verteidigen Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen Der mir die Schande macht Mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen Statt hier mit den Männern die Stellung zu halten Okay Das sind große Worte Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Bring mir die Waffe eines Orks In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen Werde ich dich als Lehrling aufnehmen Vorausgesetzt die anderen Meisterstimmen zu Ach, das auch nochmal Und das ist das große Worte Wie sieht das aus 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 dem Bild Wie sieht das aus 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 den Bildern aus aus den Bildern aus